So, aber sonst haben wir doch schon mal hier eine schöne Bibliothek hier. Oder zumindest die Anfänger von einer schönen Bibliothek. Ja, da muss noch irgendwie ein Fenster rein, dass da ein bisschen Licht reinkommt. Ja, mhm, nimm, 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 nimm. Puh, wie sieht denn das da vorne aus? Das sieht eigentlich total. Schauen wir mal, wenn das dann hier, da, uah, nicht runterfallen. Na? Au, ich hab doch Shift gedrückt. Ich glaub, da mach ich da, die Reihe mach ich komplett zu. Ich glaub, ich muss das eh komplett dann nochmal zulegen mit. Also, dass das dann komplett geschlossen ist hier vorne. Denk ich, da geht kein Weg dran vorbei. Puh. Nur mal zum Testen, wie das dann aussieht. Achso, ich muss die Erde ja auch noch weg machen. Nein. So, dann da nochmal kurz, äh, hier, hier und dort. Da, 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 da. So, ne, und wie komm ich jetzt hier, da könnte man vielleicht dann irgendwie so ein kleines Kämmerchen reinmachen noch. Wo man dann irgendwie nochmal so ein kleines Geheimkämmerchen. Äh, wobei, ich glaub, da müssen wir das eher nach oben weghauen. Können wir ja machen. Substanz ist da ja noch da. Machen wir mal hier. Nach hier. Das wieder raus. Es wird schon wieder dunkel. Es gibt's doch nicht, ey. Also, ihr seht das ja selber. Das geht ganz schön ratzfatz, wie schnell das hier wieder dunkel wird. Ähm. So, dann... Erstmal die Erde wieder hier weg. Dann gehen wir mal kurz pennen. Es wird. Es wird. Na. So. Pennen gehen. Und mal anders da hinsetzen. Ähm, da. Oh, es sieht doch schon... Ich komm da immer irgendwie nie hoch, so. Sieht doch schon mal ganz, äh... Ordentlich aus. Ach, die Erde muss ich auch noch weghauen. Ja. Kommt noch, kommt noch. Äh, woher geh ich eigentlich hin? Ich hab gedacht, das mit dem Zerstreutsein hat jetzt aufgehört. Aber nee. Es wird noch schlimmer. Mäh. Mäh. Oh, unser... Wald ist jetzt auch ordentlich. Ordentlich was zum Abholzen wieder entstanden. So, jetzt. Da muss ich dann auch überall noch diese Behilfsklötze dran machen. Uah, da, wo wir von unten rankommen. Das wird auch nochmal ganz, ganz tolles Thema. Wow, ganz tolles Thema. So, jetzt die Erde. Ne? Hätte ich die mal vorher rausgemacht. Scheiße. Ah, ist ja zum Glück Koppelstohn. Ist nix verloren, sozusagen, wenn man das jetzt nochmal raushaut. Eigentlich, Moment mal. Ich test mal was. Wie sieht das aus? Und dann kommt man hier. Ach, da kommt man eh nicht. Schade. Okay, nee, dann lassen wir das so. Können wir dann über eine Leiter oder so, können wir das dann erreichbar machen. Da sind dann die... Tollen Bücher, die... Ach, das ist die Porno-Ecke. Fertig. Hier. Geht dann über eine Leiter zu erreichen. Muss mal 18 sein, um da reinzukommen. Da sind dann auch nur Pornos drin. Eigentlich kann ich hier schon mal... So, so. So. Ja. Achso, und jetzt muss ich... Ja, das ist natürlich wieder voll geplant hier, was ich hier mache. Ähm. So, komme ich da jetzt dran, wenn ich da jetzt mal kurz was raushau? Das könnte sogar klappen. Ich will doch das wertvolle... Den wertvollen Dreck wieder mitnehmen. Uah. Ach, das ist ja easy peasy hier. Äh. Ich sagte... Das ist ja easy peasy hier. So. Ähm, da oben muss ich jetzt auch nochmal... Jetzt komme ich aber gerade nicht mehr hier raus, weil ich mich natürlich wieder ausgesperrt habe. So. Zack. Dann. Zack, 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 zack. Achso, da müssen eh komplette Klötze rein. Blub, blub. Dann stimmt das schon. So, wieder hier runter. Zack. Oh, das ist aber ganz schön dunkel hier. Blub, blub. Ich würde hier gerne eine Uhr reinmachen, aber... Aus vier Klötzen eine Uhr, das wird, glaube ich, eher schwer. So, da muss ich hier, muss ich noch... Zack, zack, zack. Und da muss ich das auch noch machen. Die kann ich auch wieder wegmachen. Oh, war doch jetzt mal gar nicht so schwer eigentlich dieses Dach. So, zack, dann kann ich hier mal kurz zumachen. Mich kurz am Kopf kratzen. Und damit er spitz, zack, wieder hier ein Loch... Oh, hier ein Loch reinhauen. Um... Hier, hier, da, dort. Ja, es war jetzt natürlich wieder ganz schlau. Na, egal, ich muss eh noch die Erde hier weghauen. Zack, zack. Ich hoffe, da ist jetzt nichts mehr. So, dann kann ich aber wieder... ...zumachen. Ähm, das noch hier, noch weg, da noch weg. So, ich glaube hier... Was hat man da noch an? Warte mal, ich gucke lieber auf Flut, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ähm, da muss ich... ...bis da hinten... Gut, da ist alles weg. Dann muss ich... ...bis da hinten, okay. Gucken, ob ich mir das merken kann. ...mit meinem heute zerlöchrigen Gedächtnis. Ähm... ...so, dann kann ich das da weg... ...das da weg... ...und das müsste dann auf der Seite gewesen sein. Dann kann ich da wieder... ...zumachen... ...und kann dann hier und dort... ...so, und dann... ...sieht das doch wahrscheinlich... ...ganz... ...hübsch aus. Die vier muss ich noch wegmachen. Und ach so, und auf dem Dach. Uah, wie komme ich jetzt aufs Dach? Ja, ich finde da irgendeinen Weg. Oh, die habe ich noch vergessen an den Seiten, glaube ich. Ja, also muss ich nochmal irgendwie aufs Dach kommen. ...komme, was da wolle. Ja, und da jetzt irgendwie am besten... ...ah, das nehmen wir gleich. Da lassen wir uns irgendwas einfallen. So, Moment, jetzt mal kurz... ...eins, zwei... ...drei, vier... ...und hier hinten ist dann... ...in dem Raum ist dann die Porno-Ecke. Sag ich jetzt mal so. Da gibt es dann die ab 18... ...Magazine. So, ich muss jetzt irgendwie nochmal aufs Dach kommen. Und am besten mache ich auch mal... ...ä, eins... ...zwei... ...drei... ...vier. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus dann schon. Ich bin im Pool. Na, Hilfe, warum komme ich nicht mehr raus? Ah, jetzt. So, jetzt muss ich noch den Dreck da wegmachen. Und da muss ich auch nochmal hin. Also, bleibt mir fast nichts anderes übrig, als hier nochmal... ...dreck dran zu machen. Hm, ja, sehr schlau. Äh, zack. 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 So, da stimmt es dann schon mal. Das kann weg. Hä? Ach, da habe ich es gemacht und auf der anderen Seite hatte ich es nicht gemacht. Okay. Konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Es wird schon wieder dunkel. Ey. So. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Die noch super komisch aussieht. Also, ich muss auf jeden Fall, glaube ich, noch hier... Ja, da muss ich noch ein bisschen was anbringen. Gehen wir erst mal pennen. Super, dass ich mir immer, äh, noch immer kein Bett mitgenommen habe. Und jedes Mal dann hier, äh, hier hinrennen muss. Die Bibliothek. Und ich weiß mal, da muss ich mir selbst. was 7消.